Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Und ich muss zugeben, auch diese Folge wird mal wieder heute rauskommen. Das heißt, es ist doch wieder eine Last-Minute-Aufnahme, was aber daran liegt, dass die letzten Tage ja doch ein wenig wild... Was war das denn? Ich dachte gerade, ich dachte das war derpy. Schade, dass die letzten Tage doch ein wenig wild waren. Ich muss das Mikro mal anders positionieren, so ist besser. Ähm, da wir ja die letzten Tage, wir hatten die Playstation 4 Eröffnung, die haben wir ja moderiert in Berlin. Zu eisigen Temperaturen, wo wir übrigens extra noch Klamotten gestellt bekamen, das kann ich mal sagen. Wir mussten extra noch ins Kaufhaus und haben Klamotten gestellt bekommen, da habe ich mich gefreut. Denn der Mantel war viel zu kalt, mit dem ich da angereist bin. Wir dachten, das wäre überdacht mit dem Sony Center, war aber nicht so. Leider, muss man sagen... Das sieht schon mal recht interessant aus hier. Ach, wir sind hier jetzt auf dem oberen Weg. Jetzt muss ich selber mal gucken, was ich das letzte Mal verbrochen habe. Das wird aber glaube ich ganz geil, bis auf El Tretmo Fix, da fehlt noch was. Da komme ich von hier aus auch nicht ran, ne? Da muss ich... Hier? Nicht von hier? Ja, auf jeden Fall, bei arktischen Temperaturen haben wir den Playstation Release quasi, durften wir anmoderieren und moderieren und pipapo. Und, 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 und danach war ja noch Last Man Standing, das heißt, da kam so einiges zusammen. Und jede Show erfordert natürlich auch so ihre Vorbereitungen. Das heißt, wir waren schon einen Tag vorher in Berlin, haben den ganzen Tag durchgeknüppelt. Das war ungefähr 14 Stunden lang nur in Besprechungen sitzen und quatschen, 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 quatschen. Und das Geile war, wir hatten so Moderationskarten, wo wirklich, äh, nicht nur Moderationskarten, sondern auch Programmablaufpläne, weil es ist ja ein Sony-Event, ein riesiges Sony-Event. Äh, das heißt, es war wichtig, dass alles funktioniert, dass alles genau getimt wird und so weiter und so fort. Und, ähm, wir hatten wirklich Angst davor. Wir hatten, der Walle und ich, wir hatten mega Angst davor, dass wir das nicht hinkriegen. Und, äh, Slaps habe ich, genau. Und, 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 äh, weil das war das erste Mal, dass, ich glaube, das muss man ehrlich sagen, dass man uns sowas zugetraut hat, weil wir sind ja Quatschbörn. Das klappt im Let's Play super. Im Freitags-Stream ist das auch okay, da quatschen wir einfach chaotisch durch die Gegend. Aber, sind wir mal ehrlich, ob wir jetzt dadurch automatisch gute Moderatoren sind für so ein Event. Ich glaube, da ist man doch lieber ein bisschen vorsichtig und dann lässt man auch lieber mal die liebe Nela ran, äh, die von solchen Dingen auch mehr Ahnung hat, als wir das haben. Und insofern, ähm, naja, deswegen... Wir, der, wir dürfen noch lange nicht auf irgendeinen roten Teppich und Leute moderieren. Berühmte Leute, die vorbeikommen. Was ich aber interessant fand, da waren viele Damen dabei, muss ich ja mal zugeben, von denen ich schon ewig nichts mehr gehört habe. Was macht ein Ingolf Lück heute eigentlich? Oder Kai Pflaume? Was machen die denn alle heute? Hängen die nur zu Hause rum und sagen, ach, jetzt... Oh, puh, schon so spät. Da geh ich mal, hab ja sonst nichts zu tun, da geh ich mal zum Sony-Event, wo ich ja... Was mach ich denn eigentlich bei einem Sony-Playstation-Release-Event? Ich hab ja sonst mit Sony-Playstation, ich kann's, ich kann's verstehen natürlich beim Kai für die Kinder, das kann ich ja irgendwo verstehen. Das war das größte Argument des Abends am blauen Teppich. Ja, ich hol das Ding für meine Kinder. Aber selber hatten die Leute ja wenig Ahnung davon. Fand ich sehr interessant. Und, äh, das macht das Ausfragen auch ein bisschen schwer, wenn alle sagen, ja, ich geh für meine Kinder hin. Playstation 4, pff, keine Ahnung, ich geh für meine Kinder hin. Tja, dann kannst du vielleicht mal über die Kinder fragen, aber... Naja, ist, glaub ich, sehr schwierig. Gewesen, wir hatten's dann doch relativ einfach, beziehungsweise wir hatten's einfach gar nicht einfacher, weil... Doch, eigentlich hatten wir's einfacher. Denn ursprünglich sollten wir streng nach Plan und es sollte ja alles funktionieren und wir sollten dann genau auf, auf den Punkt. Teilweise war wirklich wichtig, dass wir auf die Minute genau im Zeitrahmen bleiben, denn der Playstation-Release war für so und so viel Uhr geplant, musste auch für so und so viele Uhr hoch vollzogen werden, denn irgendein Mitschnitt sollte live gehen über irgendeinen Sender, also ProSieben wahrscheinlich. Ähm, und deswegen waren wir da halt sehr, wirklich sehr nervös und doch ängstlich, dass wir's nicht hinkriegen. Weil wir uns ja immer verquatschen und das heißt, das ist bei uns immer ein bisschen schwieriger. So, und was mach ich jetzt? Ich hab hier, äh, hier ganz kurz... Ich, äh... Ich hab ne Idee, wie ich das unten mache. Ich hab mir eure Vorschläge angeschaut. Ich werde es aber nicht eins zu eins machen, wie es vorgeschlagen wurde, sondern ich werde ein paar Modifikationen vornehmen. Das heißt aber Eisen. Das heißt aber, ich weiß noch nicht genau, wie ich's da oben mache. Ich glaube, ich werde die Decke verbreitern müssen. Hier unten aber... Das lass ich einfach mal so als Erlebnispark sozusagen offen. Und ich glaube, da muss ich tatsächlich doch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Das tut mir echt leid. Wir werden hier unten ein wenig Zeit verbringen, wie es aussieht. Das mit den Klemmen finde ich eigentlich gar nicht mal so ungeil. Das sieht schon recht stylisch aus. Aber ich fürchte, wir werden noch ein wenig in die Tiefe gehen müssen. Wir haben ja noch Spitzhacken noch unten. Durch ja... Da können wir ja... Pass auf, dann fang ich mal da hinten an. Sammel ich hier mal... Platz haben wir auch. Dann sammel ich mal die ganzen Kappels auf. Dann kann ich noch ein bisschen weiter zählen, weißt du? Dann verbinden wir wieder das Praktische mit dem Nützlichen. Das ist doch gut. Gehen wir erst mal zwei in die Tiefe. Das reicht hoffentlich. Du müsst da eigentlich genau hinkommen. Und da oben komme ich, glaube ich, nicht mehr hin. Okay. Das heißt, ich werde folgendes machen. Selbst da komme ich schon nicht mehr hin. Ich mach dann mal... Pass mal auf, siehste gleich. So und so. Das dürfte ja hinzukriegen sein. Das sollte ja eigentlich gehen. So, auf jeden Fall. Wir sollten ja... Wir sollten ja genau auf die Minute teilweise moderieren. Weil der Launch, der war ja kritisch. Der Button, dieser blaue Button zum Launch, sollte ja quasi zu einer festen Zeit gedrückt werden. Das war ursprünglich der Plan. Es hat eigentlich auch super geklappt. Wir haben das, äh... Also es hat nichts funktioniert. Darf mal abgesehen, ne? Also... Teilweise ist die Technik ausgefallen. Teilweise kamen die Leute gar nicht über den blauen Teppich gewalzt. Weil wohl, so habe ich jetzt gelernt, die Promis müssen da wohl immer zu spät kommen. Ähm... Sonst, äh... Ich weiß nicht, das ist wohl irgendwie so ein Ding, das machen die einfach so. Das gehört sich so. So. Naja, haben wir schon mal geübt fürs Dschungelcamp. Pfff... Ne, jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja, habe ich vergessen. War jedenfalls, war ganz lustig jedenfalls. Und man muss einfach sagen, ach ja, die Technik und alles ging schief. Nichts hat funktioniert, so wie hier gerade. Das mache ich mal mit Erde zu. Und, äh... Dadurch... Hatten wir natürlich die Chance... Das zu machen, was wir können. Und zwar... Spontan alles überquatschen. Sich nicht an Zeiten halten oder an irgendwelche Rahmen... Also wir hatten natürlich immer die Stimme im Ohr, die uns gesagt hat, So, jetzt, ähm... Kommen wir mal zu diesem, jetzt kommen wir mal zu dem. Aber meistens hat die Stimme gesagt, Oh! Äh... Ist noch nicht da. Wir brauchen noch... Äh, wir müssen noch... Wir müssen noch 5 Minuten machen. Das hat die Stimme immer gesagt. Und, äh, dann haben wir einfach spontan einfach überquatscht. Ihr wisst ja selber, wie es ist. Interessant fand ich aber... Dass, äh, zwar... Da bin ich ganz objektiv. Das meine ich nicht mal böse. Da war ja ein blauer Teppich mit den ganzen Promis. Aber es hat sich aber keine Sau danach umgedreht. Wir standen ja die ganze Zeit vorne an der Bühne. Es hat sich einfach keine Sau zum blauen Teppich umgedreht. Verstehe ich gar nicht. Wobei... Auch da wieder... Ich weiß gar nicht, warum teilweise da Leute auf dem... Ich... Ich weiß es nicht. Ich blicke dieses... Promi-Ding in Deutschland eh nicht. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Weißt du, da musst du echt nur beim... Die Schenkelschere machen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Und schon ein bisschen prominent. Oder beim Dieter Bohlen. Dieter Bohlen und Boris Becker, das sind die... Die Promi-Begatter sozusagen. Wenn du da einmal... Den Reißverschluss aufmachst, dann stehst du sofort in den Schlagzeilen. Und dann musst du aber dafür sorgen, dass du in den Schlagzeilen bleibst. Indem du möglichst überall hingehst. Überall. Egal wo was geladen wird. Kaufhauseröffnung. Oder vielleicht die Geburt eines Babys. Oder generell irgendwo wo eine Kamera ist. Sofort hingehen und reingucken. Und natürlich ein falsches Lachen aufsetzen. Das ist auch ganz wichtig. Hahaha. Hihihi. Ja, I love you all. Es ist mir jetzt total wichtig hier zu sein. Aber zum Glück hat man davon nur... Recht wenige. Ich glaube sogar... Also von der Sorte haben wir zum Glück gar keine gehabt den Abend. Und äh... Ich muss zugeben, ich habe nicht einen einzigen davon getroffen. Backstage oder sonst irgendwo. Weil das... Huch, da habe ich... Habe ich motiviert eingeatmet gerade. Äh... Weil, das muss ich zugeben... War mir ein bisschen egal. Ich stand halt noch draußen, äh... An der Absperrung quasi. Und dann wurde immer versucht, mich dann wieder... Wurde mich versucht reinzuholen. Quasi auf diese... Äh... Sehr wichtige Party. Aber war mir ein bisschen egal. Und ich glaube dann nach dem... Nach dem... Äh... Ding, nach dem Event waren wir dann drei Stunden später... Irgendwann auch mal drin. Aber nur weil es draußen kalt war, sehr. Naja, das war jedenfalls... Naja, war aber sehr lustig. War auch mal eine Erfahrung, die man... Ruhig mal gemacht haben kann. Es war sehr interessant, sag ich mal. Aber... Im Grunde genommen ein chaotischer Tag. Wie alle anderen auch. Ohne... Sodass man sich unberechtigt Sorgen gemacht hat eigentlich. Ja, dann hatten wir einen Tag zum Ausruhen. Das war der Freitag. Da hätte ich vielleicht Minecraft aufnehmen sollen. Statt heute auf die letzte Minute. Aber ganz ehrlich, ich musste den Freitag... Wir waren einfach fertig. Huch! Und ich hab mir den Freitag einfach mal... Das hab ich mal gemacht... Freigenommen. Weil wir ja auch davor schon die ganze Zeit vorbereitet haben. Immer wenn wir... Irgendwas moderieren oder sonst irgendwas... Dann müssen wir... Ja quasi dafür einen Aufnahmetag... Geht dafür flöten. Ne? Und deswegen haben wir einfach mal gesagt... So, wir machen Janischt... Ey, du Fackel! Und... Nehmen uns einfach mal frei. Was auch genau richtig war. Weil wir waren am nächsten Tag... War ja... Am nächsten Tag war ja schon LMS. Und das ist ja diesmal nicht acht Stunden gegangen, sondern... Neuneinhalb Stunden. Alter Finne. Und äh... Da waren wir auch... Da waren wir auch fertig, du. Da waren wir auch fertig. Nach Sonnenschein... Da waren wir halt immer noch fertig. BZW... Schon wieder. Und übrigens... Ich muss mal gucken... In den Kommentaren stand... Ich hatte hier Silberfischblöcke und äh... Es hieß ja... Silberfischblöcke gibt es entweder in so Mountainregionen... Oder bei Festungen. Festungen haben wir probiert. Können wir hier in der Map nicht angehen leider. Das sind diese unterirdischen Verliesburgen sozusagen. Wo man auch zum Endtor kommt. Äh... Die können wir hier in dieser Map nicht angehen. Weil wir hier noch in einer Alpha-Map spielen. Das heißt in einer Karte... Die schon... Ja inzwischen ist die schon über drei Jahre alt. Die stand noch aus der Alpha-Version von Minecraft. Also aus einer ganz frühen Version. Ähm... Und da müssen wir mal gucken... Ich weiß... Oh, Eisen. Ich weiß nicht genau, ob wir vielleicht hier überhaupt eine Festung haben. Oder ob diese Region hier nicht vielleicht doch... Eine Bergregion ist. Also eine Mountainregion sozusagen. Das weiß ich nicht genau. So, pass auf. Dann schmirgle ich hier mal weg. Ja, dann habe ich jetzt noch zehn Minuten Zeit. Dann kann ich nochmal ganz kurz erzählen. Ich mache das so ein bisschen kurz zusammengefasst. Dann haben wir beide Themen gleich abgefrühstückt. Für einiges ist es ja gar nicht interessant. Wenn man das so ein bisschen erzählt. Auf jeden Fall hatten wir ja gleich danach LMS2. Das war... Von mir aus gesehen... Ne, gestern haben wir GTA Online aufgenommen. Dann war es vorgestern. Ne, also keine Zeit danach auszuruhen. Es geht gleich weiter natürlich im Programm. Und ähm... Ja, auf jeden Fall LMS2. Was soll ich dazu sagen? Legt mich am Arsch. Wurde da wieder übertrieben. Meine Fresse. Also die Kulisse. Ich muss übrigens sagen. Ich habe gestern eine Info bekommen. Dass wohl... Der Benni von den Circle of Alchemists hat ja die Technik gemacht da quasi. Wo es ja auch wieder Chaos gab ohne Ende. Aber das ist ja normal bei so einem langen Event. Das kannst du gar nicht alles planen. Dass es alles glatt läuft. Auf jeden Fall... Soll wohl die Playstation 4, die wir dort benutzt haben. Soll wohl abhanden gekommen sein. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir die mitgenommen habe. Aber tatsächlich hätte ich gedurft. Aber ich habe gesagt, ne pass auf. Äh... Ich habe genug Gepäck. Weil wir mussten noch Ersatzklamotten mitbringen. Bla bla bla. Dann nehme ich die lieber am kommenden Freitag mit. So eilig habe ich es mit der nicht. So. Weil eigentlich sollte man die beim Sony Event mitnehmen. Da hätten wir ja... Playstation war Teil der Gage. Das war wichtig. Wir haben ja... Verbruchte Moderatoren. Das heißt, die haben tatsächlich Gage bekommen. Also es war nicht unser Event. LMS 2 war auch nicht unser Event. Obwohl ich... Ehrlich gesagt... Bei LMS 1 haben wir keine Gage genommen. Bei LMS 2... Jetzt... Muss ich zugeben... Weiß ich das gar nicht. Ist mir... Relativ egal. Hörgung ist voll Geld geil. Ich achte da irgendwie gar nicht drauf. Was aber daran liegt... Dass es mir viel wichtiger ist mit den Leuten da zu sein. Und... Extrem Spaß zu haben. Das muss man ja mal sagen. Also LMS ist immer wieder... Ich kann es nur sagen. Es ist immer wieder wie ein Klassentreffen. Und es macht einfach mega Spaß. Das muss man mal sagen. Viele denken ja wir laufen irgendwie... Oder es gäbe eine großartige Konkurrenz zwischen... Und uns oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich... Äh... Nö. Nö. Es kann vielleicht mal so gewesen sein... Dass man da ein bisschen engagierter war in der Richtung. Oder gesagt hat... Huch! Aber... Ganz ehrlich... Das ist so lange vorbei. Ne. Man trifft sich ja auch ab und zu mal so. Ne. Mit dem Bram verbindet mich ja sowieso eine intime Liebe inzwischen schon. Auch zum Tanzen vor allen Dingen. Das ist vielleicht aufgefallen. Ne. Auf jeden Fall... Äh... Das ist wirklich keine Konkurrenz. Und im Grunde genommen war es auch allen... Relativ Wurst. Wer da gewinnt. In Klammern glaube ich. Hoffe ich. Auch wenn man natürlich so ein bisschen auf Competition gemacht hat. Aber es ist ja halt alles so aufgezogen. Weil Lastman Standing soll ja Competition sein. Aber ganz ehrlich... Ich glaube der Zug ist einfach abgefahren. Wir freuen... Man freut sich zwar immer wieder... Wenn man mal ein Ründchen gewonnen hat. Aber im Großen und Ganzen... Ist es egal. Und es ist natürlich leicht... Das jetzt zu sagen. Weil wir es im Endeffekt... In Klammern... Unverdient... Gewonnen haben. Aber... Äh... Auch als Team Pete die ganze Zeit in Führung lag. Und das haben sie ja den... Sie haben ja den Abend dominiert. Muss man einfach sagen. Auch als sie in Führung lagen... War der O-Ton trotzdem derselbe. Äh... Es ist eigentlich scheißegal wer den Abend gewinnt. Es ist einfach egal. Es macht zwar Spaß sich so ein bisschen zu beefen. Sich so ein bisschen zu betteln. Das macht ja immer Spaß. Das macht ja auch untereinander Spaß. Ähm... Aber im Grunde genommen... Muss ich sagen. Bin ich einfach dankbar für die Veranstaltung an sich. So. Die will ich auch nicht missen ehrlich gesagt. Äh... Und deswegen... Da ist mir auch irgendeine etwaige Gage oder sonst was. Ist mir eigentlich... Ist mir ziemlich egal. Das mag dumm sein von mir. Und äh... Das mag manch anderer anders sehen. Aber das ist mir ehrlich gesagt Wurst. Weil... Ich verdiene doch sowieso mein Gehalt. Ich kann ja gut leben. Und ich bin der Letzte der sich beschweren kann. Muss man mal sagen. So. So ehrlich muss man dabei auch sein. Und ich gönne natürlich jedem anderen, dass der da auch ein paar Penunsen verdient. So. Ich mach hier nicht so einen noch selbstlos. Ja. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich wollte nur sagen wie es ist. Ne. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie toll klingen oder sowas. Wenn ich so ne... So nen Kack erzähle. So. Wir kommen hier auf jeden Fall langsam voran. Und... Boah. Äh... Okay. Wir kommen langsam voran. Achso. Ich hab jetzt aber schon ein bisschen weiter nach hinten. Ist aber auch okay. Vielleicht sollte ich dann tatsächlich mal... Ich mach jetzt heute... Heute noch ohne TNT das nächste Mal. Hoffe ich denke ich dran, dass ich mit TNT mache. Ja. Auf jeden Fall. LMS2, äh... Playstation 4 abhanden gekommen. Aber es war niemand... Man vermutet es war niemand von einem Team was anwesend war. Sondern es war wohl eher jemand von... Am nächsten Tag wurde da auch gedreht. Und irgendwer hat wohl versäumt. Ich weiß nicht. Irgendwie wurde versäumt. Die Play sie wegzuräumen. Was total schlau ist. Weil es gibt ja nicht etwa Schlägereien oder sowas um die neuen Konsolen. Nein, nein. Die gönnt jeder jedem. Scheiße. Jetzt hab ich keine Schaufel. Das war wirklich nicht so schlau, glaube ich. Die da einfach so stehen zu lassen. Naja. Ist äh... Einer freut sich jetzt. Und vor allem die Kabel wurden liegen gelassen. Alle Anschlusskabel liegen gelassen. Nur die Play sie schnell abgeklemmt. Und das Hemd geklemmt wahrscheinlich. Und dann weggelaufen. Ja. Naja. Soviel dazu. Und äh... Was wollte ich noch erzählen? Auf jeden Fall. Wir kamen da rein in die Halle. Letztes Mal war es so. Wir hatten eine Studiohalle. Und die war gedrittelt durch so einen Vorhang. Wird die abgehangen. Und dadurch... Dadurch äh... War das Ganze natürlich sehr viel kleiner. Und dieses Mal war nichts abgehangen. Und wir hatten eine komplette Produktionshalle für uns. Man muss dazu sagen. TV Total hat eine eigene Produktionshalle für sich. In etwa der... Doch ist die gleiche Größe, glaube ich. Und wir hatten diesmal eine... Eine Halle in der Größe von TV Total. Muss man sagen. Und... Ich hatte das wesentliche auf Facebook geschrieben. Ich fand's extremst, extremst geil. Aber ich fand... Muss ich sagen. Und damit meine ich nicht nur mich selbst, sondern alle. Die Let's Player kamen ein bisschen zu kurz. Weil die Moderation wurde übernommen. Wir konnten also gar nicht alle selber moderieren. Ähm... Wir hatten drei Moderatoren da. Und äh... Der Fokus lag natürlich sehr viel auf den Spielen. Und das mag auch vielen sehr, sehr gut gefallen. Aber trotzdem hätte man... Noch ein bisschen mehr Fokus auf die Anwesenden legen müssen. Weil... Die meisten Leute... So ehrlich muss man ja sein. Die meisten Leute haben ja tatsächlich geguckt wegen der Hansel, die da rumsitzen. Das soll jetzt auch nicht wieder eine arrogante Aussage sein. Sondern ist tatsächlich eine Tatsache. Und es wurde... Auch sehr oft angemerkt den Abend. Dass man einige Leute, in Klammern mich übrigens auch, nur sehr selten gesehen hat. Ne, da müssen wir... Und nächstes Mal... Da gilt es aber... Wir lernen ja daraus. Ne, das war jetzt das zweite Event. Die Fehler vom ersten Event wurden nicht mehr gemacht. Die wurden korrigiert. Und jetzt haben wir das zweite Event gemacht. Da... Ist man ein bisschen vielleicht übers Ziel hinaus. Aber lieber so rum als... Als gar nicht. Oder als in die andere Richtung. Und ganz ehrlich, ich glaube in der nächsten Sendung, das könnte sehr ausgeglichen werden. Zumal... Die Pietz und ich, wir haben uns schon gesagt... Doch, das haben ja Peter und ich haben das abgesprochen. Genau, ich überlege gerade, wer da alles an der Verschwörung beteiligt war. Aber der Peter und ich, wir haben uns abgesprochen... Huch! Äh... Dass wir auf jeden Fall das nächste Mal... Mitreden bei der Auswahl der Games einerseits. Und auch bei... Ähm... Scheiße, da komm ich nicht ran. Und, und, und auch bei... Komm ich da vielleicht so ran? Wenn ich jetzt hier... Ah, ich komm ja so ran. Jetzt schwimmen wir nochmal dahin. Äh... Bei der Auswahl der Games mitreden. Dass wir bei der Punkteverteilung mitreden, wie wir das machen. Dass wir da quasi Mitbestimmungsrecht haben. So. Bei der Punkteverteilung und Pipapo. Und vielleicht auch mal ein bisschen... Input geben können. Wie man zum Beispiel die Zuschauer einschätzt. Weil die Zuschauer kommen ja nun mal von uns. Das muss man einfach sagen. Das seid ja ihr. Das bist vielleicht du gewesen. Auf jeden Fall seid ihr das. Und es soll ja auch... Eine Show für euch sein. Mir persönlich hat ein bisschen der anarchistische Charme gefehlt. So dieses weiß der Guerilla Charme. Was wir sonst immer so gemacht haben. Quasi das alles so ein bisschen chaotisch und durcheinander. Da war schon alles sehr strukturiert. Auch wenn ein paar Sachen nicht funktioniert haben. Da hätten wir hinten auch fangen können. Zum Beispiel. Weil wir haben echt viel Quatsch gemacht. Wir haben versucht, dass die Regie mal zu uns rüberschaltet. Als wir da ein bisschen gesungen haben. Manamana. Patipatipi. Aber das hat leider nicht so gut geklappt. Oder als wir Schneeengel gemacht haben. Auf dem dreckigen Studioboden. Schön. Waren eher Staubengel. Aber trotzdem hat es mega Spaß gemacht. Und wir hatten hinten auch ganz viel Spaß. Auch wenn man uns nicht ganz so oft gesehen hat. Aber... War auf jeden Fall trotzdem ein sehr gelungenes Event. Und ich muss sagen... Just Dance. Der Brammen hat mir diesmal verraten. Er hat tatsächlich einen Gold Star Award vom Tanzen. Der Typ ist professioneller Tänzer. Das ist doch kein Wunder. Ich muss echt... Also ganz ehrlich. Das wird mir ein persönliches Anliegen sein. Ich hab's auch geschrieben. Ich wiederhole mich da gerne. Es ist mir ein persönliches Anliegen. Brammen bei Just Dance zu schlagen. Das muss machbar sein. Das kann gar nicht anders... Das ist ja... Das kann ich da... Das ist ja nicht... Das geht doch nicht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So warte. Hier nochmal weg. Unfasslich. Und wenn ich hier üben muss. Ist mir egal. So. Sollen wir den Brammen mal bei Super-Hummies mitnehmen? Eigentlich... Äh... Ein interessanter Plan. So. Blub, blub, blub. Können wir den Sand eigentlich mitnehmen? Doch können wir. Super. Ich dachte ich hätte keinen Platz in den Taschen. Okay. Ich mach jetzt mal folgendermaßen. Dann machen wir jetzt... Das machen wir jetzt mal nicht einzeln. Dann stell ich mich da oben drauf und mach die ganze Butze dicht. So. Uah. Wenn ich das kann. Die Strömung. Die Strömung. Na, alter. Jetzt mach doch mal die Strömung. So. Hä? Achso. Gut. Gut. Doch. Es dauert nur ein bisschen bis da alles weg schwimmt. So. Hier alles weghauen. Ich glaube da müssen wir wirklich Dynamit. Weil das können wir jetzt... Das ist... Das ist too much. Um das... Wenn wir das jetzt weitermachen. Ist das echt ein bisschen zu viel. Und für das was ich da vorhabe. Da werden wir auf jeden Fall... Wir werden noch ein paar Eimer Lava benötigen. Aber wahrscheinlich nicht alles voll machen müssen. Also da unten nicht alles voll machen müssen. Aber wir werden trotzdem ein paar Eimer Lava benötigen. Und was ich hier vorhabe. Das werden wir dann wahrscheinlich... Na, in der nächsten Folge wahrscheinlich noch nicht. In der nächsten Folge müssen wir hier noch ein bisschen was weg machen. So. Ich mach jetzt in dieser Folge hier nochmal. So. Dann mach ich das von der anderen... Na los. Komm schon. Das mach ich von der anderen Seite. Ich mach da jetzt erstmal den ganzen Wasserdurchbruch. Ist mir ganz egal. So. Da kriegen wir zwar arge Probleme hier. Ich frag mich wie die das bei Rapture gemacht haben. Da müssen die auch ähnliche Probleme gehabt haben. Ich sehe gar nichts mehr. Auf jeden Fall kann man sagen, das Ende, das Endergebnis hier... Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube der Tunnel wird extremst episch. Ich sehe nichts mehr. Wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Hab ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Na los. Na los. Bevor wir jetzt... Na los. Na los. Hier hoch. Hoch. Ach ja. Und der Typ da ist tot. Muss ich natürlich noch erwähnen. Ich sollte ja ursprünglich eine Schweigeminute einlegen. Aber ganz ehrlich. Äh. Ich... Der Grund warum ich es nicht mache... Wie heißt der? Paul Walker. Genau. Wieso den Namen? Ich... Der Schauspieler ist... Ich bin da nicht so drin. Ich muss zugeben ich bin da nicht so drin. Ich... Aber plötzlich ist ganz Facebook voll damit. Und das Schlimmste was ich ja daran finde. Ist auf einmal diese ganzen Paul Walker ist Tod Seiten. Like diese Seite wenn du seinen Tod bedauerst. Alter. Ganz ehrlich Leute. Seid ihr noch ganz frisch? Ich meine mit dem Tod eines Menschen seine Facebook-Seite befeuern zu wollen. Das ist ein bisschen traurig. Ich warte noch wann die Paul Walker Fakten-Seite kommt. Diese Drecksfakten-Seiten. Wo... Da bin ich echt abgefuckt. Muss ich mal sagen. Und ähm... Die sind super nervig. Super ätzend und nervig. Diese like... Diese likegeilen Probo-Schlampen-Seiten. Ich frage mich was bringt den Leuten das? Das bringt ihnen überhaupt nix. Nix. Außer dass die vielleicht in der Schule sagen. Ey guck mal ich hab da Likes. Geil ey. Ich bin... Ein besserer Mensch. Weil ich Likes habe. Auf einer Facebook-Seite. Die mir überhaupt nix bringen. Nicht mal ein Taschengeld und nix. Nicht mal ansehen. Nicht mal... Weiß ich nicht was. So. Jedenfalls äh... Was wollte ich sagen? Ja Paul Walker ist tot. Und das ist total tragisch. Und was ich scheiße finde. Der Grund warum ich auf jeden Fall keine Schweigeminute machen werde. Ist einfach der Grund. Pass auf. Wir machen eine Schweigeminute. Wir sind ja eh am Ende der Folge. Schon... Schon drüber. Wir machen eine Schweigeminute. Für den Fahrer. Den unbekannten Fahrer. Den keine Sau betrauert. Der aber auch tot ist. Schweigeminute. Für den... Fahrer. Weil jede Sau sich nur für Paul Walker interessiert. Weil der war ja bekannt. Und der andere Typ war unbekannt. Deswegen ist er total uninteressant. Für den macht auch niemand eine Facebook-Seite. Jetzt aber eben Schweigeminute. Für den unbekannten Fahrer. Den keine Sau kannte. Weil er es wagte. Nicht prominent zu sein. Und dann... Und dann... Ist die Minute bald rum? Ich finde Schweigeminuten bei Let's Plays irgendwie strange. Nehmen wir es doch einfach... Machen wir doch einfach... Äh... Äh... 20 Schweigeminuten in der nächsten Folge. Und dann das ganze Walkthrough. Huch. Walk... Walkthrough. Haben wir es jetzt? Ja! Wir haben es dicht. Na endlich. Nervt doch ein bisschen. Ich glaube da muss ich auch wieder von oben ran. Dann können wir unten graben. Und oben bauen wir dann wieder aus. Da tropft es ein bisschen. Aber das war ja zu erwarten. Und dann kommt da eben... Halt auch Glas hin. Und dann haben wir ja bald die Scheiße hier rausgewuppt. Und dann haben wir ja bald die Scheiße hier rausgewuppt.